Kümmerliche Vorstellung Seid ihr bereit für den Angriff? Euer Rat wäre uns bei der Planung sehr hilfreich. Als Befehlshaber habe ich mich um die Pläne bereits gekümmert, Odysseus. Ihr und Arcanthos beginnt mit euren Armeen die Belagerung der Tore. Das ist ein guter Anfang. Was geschieht mit den restlichen Armeen? Ajax und ich halten unsere Männer in Reserve. Sobald ihr durchgebrochen seid, stürmen Ajax-Männer herein, um die trojanische Verteidigung zu brechen. Danach komme ich und rette Helena. Okay. Herr, es gibt in der Nähe hier kein Gold. Wir müssen eine von Trojasmin finden und erobern. Ja, das ist schlecht, dass es hier kein Gold gibt. Hört mal los hier. Äh, haben wir hier gar keine Nahrungsfälle? Fischerboote. Das ist ja schon mal gut. Ich habe wirklich kein Gold. Okay. Da weißt du was, dann geh erstmal hier sammeln. Dann schauen wir mal. Muss es doch irgendwo Gold geben. Was haben wir hier? Hier haben wir auf jeden Fall noch Nahrung. Das ist gut. Dann kannst du schon mal hier nahrungsfällen. Ja, guck mal an. Ah, tage. Oh, da ist ein Dorfzentrum. Hey, 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 hey. Was macht ihr denn hier? Prostegma. Esto. Kalos. Prostegma. Ich habe nie ein Dorfzentrum. Boah, wir probieren das einfach mal. Auf ganz dreist. So, und du machst mir eine Million Dorfbewohner hier. So, die sind schon mal tot hier. Doch, das schaffen wir easy. Die sind im klassischen Zeitalter. Kann ich da schon ein Dorfzentrum bauen? Ne, leider nicht. Insofern brauchen wir hier erstmal das Old. Mal fertig dann. Die Ziegen, die können wir hier hinkommen. Eine Handelskarawane. Sie versorgt Troja mit Gold. Das können wir unterbinden. Ja, haben wir doch schon. Ich will mich aber auch nicht zu weit. Ich will mich aber auch nicht zu weit nach vorne wagen. So, diese Karawane, die können wir ja noch mitnehmen. Die sind ganz schön stark, die Karawane. Die halten richtig viel aus. Los, haut das Ding weg. Boah, aber jetzt reizt es auch erstmal hier. So, ich brauche auf jeden Fall hier ein paar Leute. Einer von euch wird mal hier mir ein paar Ausbildungsstätten bauen. Oh, shit. Kommt die denn alle her? Freunde, abhauen. Lauft! Nein! Haut ab! Ich brauche auf jeden Fall ein paar Ausbildungsstätten hier. Wo kam die gerade her? Sind die wohl nie hergekommen? Volumen. Lege Orthos! Oh shit, hier sind ja auch Menschen! Easy, Molly! Wo ist eigentlich mein Turm denn? Ach da! Okay, dann verbessern wir mal die, die auch. Ja, wir haben ja genug Holz. Machen wir auf jeden Fall ein paar Leute hier. Ach, hier hatte ich auch Ausbildungsstätten. Habe ich gar nicht gesehen. Sorry. Das habe ich nicht gesehen. So, und ein von euch... Ach shit, ihr habt auch nichts zu tun. Mist. Ja, dann komm, dann baut mal hier ein paar... Oder sammelt die Ziele. Macht das einfach. Ich lerne schon mal das für später. Du bist jetzt auserkoren und wirst mir hier das zubauen. Und hier am besten auch. Dann ist das schon mal zu, oder? Hier stehen ja meine Leute. Da kann ich erstmal offen bleiben. So, ich brauche auf jeden Fall mehr Gold. Wie sieht es hier aus? Fische. Können wir auch noch... A machen. Hier ist noch mehr Viech. Können wir davon noch zwei machen? Sehr gut. Hier kommst du erstmal hier hin. Einmal, das ist ja so klar. So, ich brauche mehr Häuser. Volumen. Ist auffällig, sehr gut. Ich gehe weiter hacken hier oder gehe von mir aus auch hier hacken, mir auch egal. So, wir brauchen auf jeden Fall auch noch eine Waffenkammer. Was hat er denn vor hier, Fischguter? Sieh dich. So, machen wir die Waffenkammer da. Das läuft doch erstmal. Hey, was ist hier los? Meine Waffenkammer fertig? Ne. Sollte ich hier vielleicht einen Turm hinbauen. Vielleicht hier oben. Ich kann auch dann bestimmt aufs Meer schießen. So, Upgrade hier erstmal. Letztes Mal hatten wir die, also ich weiß nicht, ob die Skilla hier wieder nützlich ist bei der Wassermap. Ich glaube, wir bekommen noch andere Gelegenheit, Apollo zu nehmen. Ich mag diese Wasserviecher, die können hier dann die Gegend erkunden. Da habe ich Bock drauf. Ich würde ungern meine Fischerboote verlieren. So. Wir machen ja einen guten Job hier. Lebenspunkte von Helden wird erhöht. Okay. So. Upgrades. Ich brauche auf jeden Fall mehr Holz. Holz. Eigentlich könnten die hier auch noch die Dings jagen. Weißt du was? Das macht ihr auch. Obwohl. Ah, von mir aus jagt die. So. Ich brauche ein paar Leute, die hier Holz sammeln. Am besten. Ich brauche mehr Holz. Verbessern wir mal unsere Einheiten. Dann bauen wir gleich viele Leute hin. Ah, hier kann ich sogar ins Zeitalter 4. Krass. Eigentlich wäre das auch sinnvoll, hier noch ein Dorfzentrum zu bauen. Hier kann ich noch mehr Dorfbewohner bauen. Hier ist ja auch nochmal Notfallgold. So, geht man da sammeln oder baut das mit und dann geht er sammeln. Was macht ihr denn hier klar? Also bis jetzt ist nur ruhig. Ich bin mal gespannt, was gleich für eine Armee kommt. Die werden ja irgendwann angreifen. Oh, Herakles. Wir bauen uns mal hier so eine Skilla gleich. So seid ihr fertig. Brauche ich auf jeden Fall mehr Leute, die hier sammeln. Wir machen uns mal so ein Ding hier. Du kannst von mir aus die Ding sammeln. Und du kannst hier auch sammeln. Ja und jetzt sollte ich vielleicht ein paar Leute bauen. Bauen wir uns auch mal ein paar von denen. Und Toxoten. Beziehungsweise Toxoten sind eigentlich wichtiger als die. Achso, ich habe gar keine Gunst. Junge, mach mal Gunst. Ey, bin ich jetzt schon am Bevölkerungslimit? Was soll das? Haben nicht zu viele Dorfbewohner? Ich brauche Dorfbewohner. Ich will eine starke Wirtschaft haben. So, die Gewässer gönnen mir. Shit, da komme ich nicht dran, oder? Das war aber nicht der Rote, das war der hier. Also entscheidend gibt es zwei Orte hier. Wichtig ist nur, dass ich meine Fischerboote behalte. Mach mal so ein Transport... Ey, warte mal. So ein Transportschiff. Dann setze ich da mal so einen Dorfbewohner rüber. Und dann soll der hier den Turm bauen. Ich glaube, das wäre ganz nützlich. Achso, und übrigens baut mir mal einen Marktplatz. Dann gehen wir auch direkt ins vierte Zeitalter. Wollen wir hier mal ein Dürmchen? Ah, ich habe jetzt genug Ressourcen, jetzt habe ich auf jeden Fall... Wo wollen die denn alle hin? Was wird das denn hier? Wenn der Marktplatz fertig ist, dann steige ich jetzt auch noch auf. Wen haben wir denn da? Wir haben Hera mit Medusa und wir haben Hephaistos mit Kolossen. So, jetzt habe ich auch genug Zeug, jetzt kann ich hier alles leeren. Wie gesagt, Gold brauchen wir noch ein bisschen. Aber hier habe ich ja noch eine Gold-Ada. Aber hier habe ich ja noch eine Gold-Ada. Kannst ja auch noch Gold sammeln. und ihr... Ich heiße nicht. Kannst ja auch schon mal hier Gold sammeln. Das mache ich dann auch mal. Jetzt haben wir schöne dicke Türme, jetzt können die hier gar nichts mehr. Aber ich bin auch echt am Bevölkerungslimit, weil ich so viele Dorfbewohner habe. Aber dann kann ich wenigstens alles leeren hier. Ich glaube, ich mache mir diese ganzen Helden. Tja, eigentlich müsste ich Dorfbewohner killen. Obwohl, ich kann ja noch Häuser bauen. Achso. Dann ist ja kein Problem. Ich dachte irgendwie aus einem Grund, ich könnte keine Häuser mehr bauen. Ich weiß gar nicht, warum. Achso, hier, Schatzkammer. Ich kriege noch permanent auch noch Boni dazu. Sehr geil. Ey, 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 wieso haben die eigentlich nicht den Turm hier gebaut? Sind die dumm? Ihr solltet doch den Turm bauen, die Deppen. Solche Deppen. Ja, ist nicht schlimm, wenn die sterben. Ich brauche sie eh nicht. Das ist zwar hart, aber lieber alt. Und wo kommt die jetzt bitte her? Spinnt ja wohl. Junge, hier haben wir jetzt die ganzen heftigen Upgrades. Hier bei dieser Mission nehme ich mir einfach mal ein bisschen Zeit und wäre da richtig krass. Wieder mal hier, dann kann der Turm auch angreifen. So, das Problem ist, das Gold hier ist gleich weg, ne? Dann müsst ihr auf jeden Fall diesen Turm hier mal wirklich fertig bauen. Und am besten baut ihr hier einfach eine Mauer. Was ist eigentlich mit diesen Schiffen hier? Stark gegen Gebäude. Und dann machen wir das folgendermaßen. Dann holen wir uns ein paar von diesen Schiffen und dann greifen wir da hinten einfach auch mal an und zerstören deren Werft. So, Freundin, ihr, äh, weiß ich nicht. Kommt mal hier rüber, ihr könnt da hinten noch sammeln gehen. Hier ist ja noch 3000 Gold. Ja, ich brauche mich. Hier ist auch nicht mehr so viel Gold an dieser Ader. Also ich muss gleich weiter nach vorne preschen. Oder ich mache sie jetzt. Wahrscheinlich ist hier noch irgendwo Gold versteckt. Oh, ich bin so dumm. Ich hätte das zuerst lernen sollen. Naja, jetzt spielst du auch keine... Obwohl, warte mal. Das hier brauche ich sowieso nicht, denn ich habe gar keine Mühe mit dir holen. Ich bin so ein Depp. Ich dachte, dass wir eine einfach simple, äh, Verbesserung einfach, ich hätte das mal vorher, mir überlegen sollen. Was haben wir hier eigentlich? Oh, ja, nochmal geringere Kosten für die Waffenkammer. So, Jason. Wir bringen das mal hier in mein Tempel. Als ob die jetzt da schon wieder hinkommen. Freunde, geht mal da rein. Tja, ich glaube, die Dorfbewohner sind alle groß. Prostagma? Prostagma? Vritomos. Ne. Malista. Malista. Ne. Ne. Lege. Vulome. Esto. Vulome. Malista. Macht sie fertig. Es kann los. Izvoli. Lege esto. So, war das eigentlich mit Kolossen? Erstmal mit Kolossen auch. Lege esto. So, ganz ehrlich, äh, ich glaube, ihr sterbt jetzt einfach. Malista. Ne. Lege esto. Äh, so. Ja, so. Eigentlich ist das nicht wichtig. Ich habe eh keine Festung. Ich glaube, ich muss eine Festung bauen, damit ich diese Leute bauen kann. Malista. Ich wage mich hier schon mal nach vorne und ihr baut jetzt die Typen und, äh, die Typen en masse. Obwohl, eigentlich könnte ich wirklich erstmal das hier lernen. Dann bilden die ja eh schneller aus. Lege esto. Esto. Und mit der Armee gehe ich jetzt mal nach vorne hier. Ne. Malista. Vulome. Vulome. Einfach mal Vulome. Malista. Ne. Malista. Hier ist noch ein Relis. Was haben wir hier? Infanterie-Soldaten hat eine bessere Panzerung. Das klingt doch auch nicht schlecht. Malista. Ne. Denk hier fest, der Typ. Malista. Vulome. Malista. So, bring das mal zum Tempel. Dann kommst du wieder zurück. Da sind schon mal die Kolosse, Junge. Aber ich kann sie noch weiter verbessern. Goldkoloss. Let's go. Achso. Oh, ich habe hier auch gebaut, hier. Attacke. Ah, die greift tatsächlich von da an. Doch, ganz schön bescheuert, einfach hier so die Mauer anzugreifen. Ist machin. Lege. Etimus. So, die sind doch stark gegen Gebäude. Mach mal fertig, hier. Prostagma. Alter, ich habe so viele Ressourcen jetzt, ne? Prostagma. 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 Ist doch. Malista. Ich bin völlig übertrieben. Aber ich habe gerade einfach Spaß, mich hier so ein bisschen, äh, mal komplett auszubauen. Das werde ich wahrscheinlich nicht jede Mission machen, so. Aber jetzt gerade ist das ja mal ganz witzig für mich, hier alles einfach abzugraden. Auch Dinge, die ich eigentlich gar nicht dringend brauche. Prostagma. 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 Ne. Ist machin. Prostagma. Ist vollid. Prostagma. Ist vollid. Ich glaube, wir sind aber auch heftig genug, um hier jetzt anzugreifen. Ist machin. Dieser Turm ist mir eh nicht so wichtig. Hier werde ich es jetzt sicherheitshalber. Die Leute hier Spam. Zielungsweise ist eigentlich die Kombination aus Hobliten besser. Und ihr grad jetzt hier schon mal an. Äh, ja, was mache ich jetzt mit... Ich brauche eigentlich mehr Gold noch, aber habe ich nicht. Zumirad Leute. Ihr werdet alle sterben. Attacke. Weil ich die Kolosse habe, brauche ich keine Belagerungswaffen. Prostagma. Lege. Nächst. Mal ist das. Mal ist das. Wurlome. Hier ist der Marktplatz. Da hat er einfach mal... den Frieden gefordert. Kommt dann gleich in der Zeit mal hier lang. Gucken, was die hier noch so haben. Oh, nicht viel auf jeden Fall. Hier wäre noch Gold. Hier wäre noch Gold. Klub, was die noch so sind? Ja, just mal. Ich nehme die Leute. Ich nehme die Leute. Ich nehme die Lege. Ich nehme die Lege. Ja, danke dir. Und du hast繃los. Und du hast eine riesengroße. Ich nehme die Lege. Ich nehme dich in die Wasser. Ja. Ich nehme die Lege. Dann bin ich komplett unaufhaltsam. Boah, mach mal die feste und abblatt. Eine Chance, Skinners. Hauptsache, hier oben steht auch so ein komisches Katapult. Ja, los, greift der Zorn an. Scheiß auf den Tempel. Prostagma. 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 Der Atlanta und Odysseus greifen unser Haupttor an. Haltet durch. Troja wird niemals fallen. Das Tor ist zerstört. Troja wird niemals fallen. Das Tor ist zerstört. Ja, gut. Das war's dann mit Mission 4. Ein schöner Plan. Und nächstes Mal machen wir weiter mit Mission 5. Gerade eben noch. Die Trojaner starten eine Gegenoffensive und umzingeln Ajax und seine Männer. Akantos muss sie befreien und das Schlachtfeld wieder unter seine Kontrolle bringen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Was? Du hast das Video nicht geliked? Komm!